Was geht ab, meine Z-Fighter, Osorio, und ihr seht es am Titel, LR Vegito und LR Gogeta sind, wurden, bzw. wurden geleakt, um es besser zu sein, für das 3-Jährige Jubiläum im japanischen Dokkan Battle. Aber zuvor eine ganz wichtige Information, Leute, wegen den Breaking News wird das Team-Rating-Video leider erst morgen kommen, ich konnte es noch nicht drehen, weil, ja, diese Breaking News müssen auf jeden Fall raus, also entschuldigt, aber das Team-Rating-Video wird morgen kommen. Anyways, dann würde ich sagen, es gibt wirklich sehr viel zu tun, ich werde den Link in die Beschreibung setzen von Dokkan Red, könnt ihr euch gerne mal angucken, was da so abgeht. Wir gehen natürlich alles durch, wenn sehr viele Karten kommen, deswegen sage ich, wir fehlen keine Zeit und legen direkt los. Zuallererst werden wir auf jeden Fall für das 3-Jährige Jubiläum 5 Stones vom Boss-Rash-Event bekommen, das Boss-Rash-Event bekommt 2 Stages, dann gibt es 6 Stones täglich und 2 Tickets täglich durch die Missionen, das ist wirklich sehr gut. Das sind die Missionen von dem LR-Banner quasi, wo auch die LR-Charaktere gefeatured sind, also gar nicht mal so schlecht. Dann wurde eine Namik-Saga-Kathorie gelegt, aber noch kein Leader-Skill heißt, Goku und Freeza, der Neue, ähm, sind quasi noch nicht in den Daten. Anyways, dann, wie ihr seht, auf dem siehst, es werden sehr viele Charaktere droppen, ihr habt hier die ganzen, ähm, Daten, wann sie droppen werden, das Datum habt ihr gelistet, das sind PCT-Zeiten, ihr bombt da einfach 9 Stunden drauf und bekommt unsere Zeit. Könnt euch in aller Ruhe angucken und BOOM! Super Int LR Super Saiyajin Goku und Super Saiyajin Vegeta heißen sie. Denn sie können sich zu Vegito transformieren mit einer neuen Transformation-Mechanik. Ich hab die Übersetzung aus Dukan Reddit, ähm, auf dem Nebenmonitor quasi, ich werd den Link in den Beschreibung gesetzt, da könnt ihr es euch in aller Ruhe angucken. Aber, was ist dieser Dude für Leader-Skill? Er gibt der Potara-Kategorie Key-Plus-3 auf HP und Attack 170%, auf die Verteidigung 130% oder in Charakterien Key-Plus-3 auf 490%. Seine Passive ist, er bekommt auf den Angriff und auf die Verteidigung 120% at Start of Turn und für jeden Rainbow Orb, den er einsammelt, bekommt der weitere Key-Plus-2. Und wenn die Bedingungen stimmen, dann vollführt er die Potara-Fusion. Und was heißt das, wenn die Bedingungen stimmen? Nun, dies heißt, es gibt eine neue Transformations-Mechanik, die sieht folgendermaßen aus. Wenn von Anfang des Kampfes 6 Runden vergangen sind, also nach 6 Runden, und die HP 50% oder drunter sind, machen diese beiden die Potara-Fusion. Dies wiederum heißt, wir werden zu Gogeta, äh, Gogeta sag ich, sorry, LR Vegito und dies wiederum heißt, unsere Passive ändert sich. Die Passive sieht nämlich so aus, einmalig healen wir uns unsere ganze HP und wir kontern jeden normalen Angriff mit tremendous Power, also quasi die Vigetto-Konter, die Standard. Wir kommen aber auf den Angriff und auf die Verteidigung 150% at Start of Turn und für jeden Rainbow Key, den wir einsammeln, bekommen wir weitere Key-Plus-3. Also, das ist insane, diese Mechanik ist wirklich insane. Super Attack, ähm, 12 Key ist, macht, beziehungsweise macht Colossal Damage, äh, Super Attack 18 Key, Kamenma, Big Bang Attack, macht, erhöhlt unseren Angriff, ähm, erhöhlt unseren Angriff für eine Runde quasi und macht mega Colossal Damage. Und, ähm, ja, natürlich haben wir eine andere Ulti, wenn, ähm, wenn wir zu Super Vegito machen. Die ganzen Ultis werde ich auf Twitter retweeten, die könnt ihr euch da gerne angucken, den Link werde ich auch in die Beschreibung setzen. Anyways, Leader-Skills, Leader-Skills, Kamenma, Super Saiyan, Saiyan-Linish, Experience Fighters, Prepared for Battle, Fierce Battle, Legendary Power. Das wird Super Int Vegito, beziehungsweise LR, Super Saiyan Goku und Super Saiyan Vegeta. Auf der anderen Seite gibt es LR, Super Saiyan, Angel Goku und Angel Vegeta, heißt, vorerst kann man beide LR in einem Team tun, aber dieser wird zu Gogeta. Fungiert ähnlich, ist vom Super Physisch, ist wirklich ähnlich wie der Vegito, nur für die Fusion-Kategorie. Das heißt, Leader-Skill ergibt der Fusion-Kategorie Key Plus 3 auf jeden, nicht auf jeden, sondern auf HP und auf Attack 170%. Verteidigung gibt er 130%. Oder für Physisch-Charakter ergibt der Key Plus 3 auf jeden Attribut 90%. Passives Attack und Def geht um 120% hoch als Start-of-Turn und für jeden Rainbow-Key, den er einsammelt, bekommt der weitere Key Plus 2. Wenn die Bedingungen stimmen, dann fusionieren sie sich, dann vollführen sie sich die Tanzfusion. Die Bedingung ist hierbei dieselbe. Nach sechs Runden des Kampfes, wenn die HP 50% und da drunter fallen, fusionieren sie sich zu Gogeta. Dabei ändert sich auch die Passive. Er regeneriert die HP einmalig komplett und macht gegen jeden sehr effektiven Schaden. Zudem erhöht sein Angriff und die Verteidigung um 150% von Anfang der Runde und für jeden Rainbow-Orb, den er einsammelt, bekommt der Key Plus 3. Super-Deck Level 12, Colossal-Damage, 18 plus Key, erhöht den Angriff-Raise-Attack für eine Runde und macht Mega-Colossal-Damage. Linkskills, Kamenma, Golden Warrior, Super Saiyan Experience, Fighters, Prepared for Battle Fears, Battle Legendary Power. Also diese beiden Charaktere sehen so immens aus. Ich glaube, das war jedermanns Traum, dass die beiden mal kommen. Aber an der Stelle, ihre Baseform sehen so aus. Sie haben zum einen Baseform Vegeta und Goku und... Und wir brauchen neue Vegito-Medaillen, 35, um ihn zum TOR zu machen oder 35 weitere neue Vegito-Medaillen und die vom physischen Super-Vegito, um sie zum LR zu erwecken. Selbe Skill für Gogeta, nur andersrum, wir brauchen dann neue Gogeta-Medaillen. Dies heißt, also was wir hier haben, sind die ersten LR-Charaktere mit einem Kategorielieder-Skill. Die ersten LR-Charaktere mit einem Kategorielieder-Skill. Wir wissen nicht, ob sie gefeatured sein werden, wir wissen nicht, in welche Art und Weise sie kommen. Aber anhand der Karten sind Kategorielieder. Sie sind quasi, sie haben 4s Battle, sie sind wie Dokkan-Exklusive-Charaktere quasi, wenn wir es so sehen. Aber da sie LR sind, ist echt eine schwierige Sache, wie wir sie bekommen. Wie gesagt, das wissen wir nicht. Sobald wir mehr dazu wissen, lasse ich es euch wissen. An der Stelle, Team Vegito oder Team Gogeta? Lasst mich in den Kommentaren wissen, Leute. Ich würde mich da auf keinen Fall entscheiden können. Beide sind insane. Was sind denn das für Karten, bitte? Also, wow. Neue LR, die ersten LR mit Kategorielieder. Und was für Kategorielieder. Also wirklich, wenn die beiden rauskommen und Leute sie ziehen, ist Game Over. Ist GG. Aber es gibt weitere Charaktere, Leute. Wie gesagt, alle Informationen, Übersetzungen sind im Link in der Beschreibung auf Dokkan-Reddit. Könnt ihr euch gerne angucken. Ich würde sagen, ich überfliege die ganz schnell, damit ihr auch da alle News habt. Weil es gibt wirklich sehr viele News, die wir abhacken müssen. Wir haben einen, den neuen Goku. Dreifacher ist der Free-to-Play, den wir zum Login-Bone bekommen. Er gibt der Super Saiyan-Kategorie Ki-Plus-3. H-Pateron-Dev 33%. Passive ergibt der Super Saiyan-Kategorie auf Angriff und die Verteidigung 33%. Genau. Dann haben wir noch weitere Karten. Das ist ein Extremesee-Battle-Gohan. Wissen wir, er wird sein Extremesee-Battle bekommen. Sein Niederskill ist, er gibt Strength-Charakter in Ki-Plus-1. H-Paterin hat er 25%. Passive. Für jeden Orb, den dieser Dude einsammelt, bekommt er auf den Angriff und auf die Verteidigung 10%. Und für jeden Rainbow Orb, den er bekommt, bekommt er weitere 5% auf den Angriff und Ki-Plus-1. Alles klar. Das ist ein witziger Goku. Das ist, by the way, ein T-Ware-Goku. Aber so wie es scheint, ist es für mich, das wird wahrscheinlich ein Goku aus einem Story-Event. Denn dieser Goku hier, sein Niederskill ist, wenn HP 30% oder drüber sind, gibt er Ki-Plus-3 auf den Angriff und auf die Verteidigung 40%. Passive ist, Attack und Death, sein Angriff und auf die Verteidigung kann bis zu einem Maximum von 120% steigen. Das ist abhängig davon, wie gering seine HP sind. Je geringer die HP sind, desto mehr Angriff und Verteidigung bekommt er. Maximum ist 120%. Und für einmalig regeneriert er seine HP. Wow. Um den ganzen, wenn die HP 10% oder drunter sind. Also, ob das triggert. Ja, interessant. Aber wir haben hier einen anderen Goku. Das ist Super Saiyan 2 Goku gegen Vegeta, Margin Vegeta. Auf der anderen Seite haben wir einen neuen Margin Vegeta. Was kann dieser Goku? Liederskill ergibt Agility-Charakter in Ki-Plus-2, HP, der und F-70%. Wow, okay. Ist ein guter Wust. Er changet Strength Orb in Agility Orb und für jeden Agility Orb, den er einsammelt, bekommt er 12% auf den Angriff und hielt sich um 5000 HP. Okay, nicht schlecht. Super Attack erhöht seine Verteidigung für eine Runde und macht Supreme Damage. Vegeta auf der anderen Seite, Margin Vegeta, ist vom Extreme Strength-Type. Er gibt Strength-Charakter in Ki-Plus-2, HP, der und F-70%. Er changet Agility Orb in Strength Orb. Und für jeden Strength Orb, den er einsammelt, bekommt er auf den Angriff und auf die Verteidigung 12%. Er erhöht seinen Angriff für eine Runde und macht ebenso Supreme Damage. Dann haben wir einen Kaioken Goku, das ist ein sehr cooler Goku, das ist der gegen Vegeta. Also es dreht sich wirklich alles um Vegeta und Goku und das ist sehr interessant für das dreijährige Jubiläum, denn ich meine, es sind die Erz-Rivalen. Dieser Goku-Liederskill ergibt Tech-Charakter in Ki-Plus-2, HP, der und F-70%. Seine Passiv ist, wenn er eine Ulti macht, wenn er eine Super Attack macht, bekommt er auf den Angriff und auf die Verteidigung 70%. Zusätzlich bekommt er weitere Ki-Plus-5 und Attack-Plus-50%, wenn die HP 50% oder drunter sind. Interessant. Und selbes gilt für Vegeta, den Extreme-Physisch-Vegeta, das ist der gegen Goku, ist genau umgekehrt, wenn er eine Ulti bekommt, auf der Angriff und Verteidigung 70%. Und weitere Ki-Plus-5 und Angriff-Plus-50%, wenn die HP 50% oder drunter sind. Jedes gilt für den Physik-Charakter, der Ki-Plus-2 auf jeden Attribut 70%. Anyways, wir gucken mal ganz schnell weiter, was da noch geht, denn da geht noch sehr, sehr viel. Neue Items werden kommen, wie gesagt, die neuen Vegeta und Goku. Gogeta-Medaillen, neuen Sane-Armor wird kommen, neues Support-Item, Premium-Dragonstone. Es wird ein neues Premium-Dragonstone geben, dieser ist lila und ich denke, das ist dann für die neuen God-Lider, die 120%-Lider, die man sich da kaufen kann. Und eine neue Redstone kommt, das kennen wir ja. Boss-Charge bekommt zwei neue Stages, insgesamt gibt es dadurch 25 Stones total. Es werden viele Missionen kommen, zum Extreme-Z-Battle von Kid Gohan, um seine Assets zu max, sein Potential-System etc. Dupes wird es zu geben und er hat seine eigenen Orbs, wie beispielsweise Tech Bulma oder Goku Jr. Das finde ich auch interessant, denn dieser Dude ist höchstwahrscheinlich Free-to-Play. Und wenn er mit seinen eigenen Free-to-Play Extreme-Z-Battle kommt und eigenen Orbs, umso besser, umso besser. Daily Missions, wie gesagt, wenn wir 120 Stamina verballern, bekommen wir 5 Stones total. 20 Stamina gibt zwei Tickets, also wir bekommen, wie gesagt, durch die Mission 6 Stones und zwei Tickets täglich. Wenn wir gewisse Sachen von, das ist dann für mich ein neues Story-Event, End of Galaxy wird ein neues Story-Event sein. Wenn wir da Stages machen, Hercules World Tournament und so fort, bekommen wir weitere Stones. Hier haben wir die ganzen Missionen, die kommen werden, 25 Missionen werden das sein. Könnt ihr euch gerne mal angucken, Leute, das ist wirklich sehr, sehr viel. Wenn wir quasi mit dem Super Saiyan 3 Goku in unserem Team etwas ins nächste Stage machen, bekommen wir Friend Points. Es gibt, wenn wir uns mit dem Dragon Balls einen Wunsch äußern, weiteren Dragon Stone. Wenn wir alle Stages von The Great Fight, also sie nach dem neuen Event aus, bewältigen, bekommen wir drei Jahres-Coins. The Awakening Unit, bekommt Hercules-Statue, Raised Characters, Essay, Hercules-Statue, Dokkan Awakens, gibt Platin-Statue, Release 100% Potential, bekommt zwei Stones, Defeat the Vegetation, Certain Stage. Das sind quasi wirklich Stages, die kommen werden und dafür gibt es wirklich Stones, gibt da Items, Coins und so weiter und so fort. Clear Dokkan, wenn es zehn times gibt, Stones und so weiter und so fort. Ihr seht, End of Galaxy wird wahrscheinlich ein neues Event sein, so scheint es für mich, wenn wir da die Sages machen. Einmal, zweimal, dreimal und so weiter und so fort gibt es Small Orbs, wie wir hier sehen. Könnt ihr euch wirklich gerne mal angucken, was alles abgeht. Great Battle Name wird wahrscheinlich auch ein neues Mission sein, neue Story-Mission, wie es aussieht. Wenn wir da gewisse Sachen machen, bekommen wir ebenso Stones, Elder Kai, Medaillen, Platin-Statuen und so weiter und so fort. Leute, war ein bisschen schnell, gebe ich euch recht, war ein bisschen schnell, aber das sind wirklich sehr viele News gewesen und diejenigen, die Bescheid wissen, jetzt im Stream reingeguckt haben, ich muss früh aus dem Horst. Deswegen an der Stelle wieder sorry dafür, dass das Team-Rating-Video verschoben werden muss, aber diese Breaking News müssen auf jeden Fall raus. Was haltet ihr vom Ganzen, Leute? Lasst mich in den Kommentaren wissen. Bis dann wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace. Bis dann. Vielen Dank.